Die Bundeswehr kommt nicht aus dem Quark. Oh, I love you more than once can say. The deal is gone. Yo, 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 ladies and gentlemen, yo, ladies and gentlemen. Hallo Leute, hallo Leute. Moin, moin. Ich bin Shed Shed, der Ernst Sigger. Ich habe ein Reaktion Video für euch. Die Bundeswehrsortier, Part 7. 7. Sieben. Alright guys, so I feel like I've fallen deep into the rabbit hole of the German satire songs, guys. Like I've fallen deep. Like the ground can't hold me. I'm just going deeper and deeper and deeper and deeper and deeper. Anyway, I hope you guys are enjoying it, guys, as much as I'm doing, okay. A lot of things I'm gonna get. I love the humour I'm gonna laugh at. Because you guys know, like your German humour is just on a different level, okay. People say Germans have got no humour. Yeah, hold my bratwurst. Hold my currywurst. That's what the Germans are going to say. Anyway, that's it too much, guys. We're going to jump on this particular right away. You guys said to me you want to see a song for Belarus, for Lukashenko. You said you want to see a song for Christian Lindner. Also, you want to see a song for Bundeswehr. So that's it too much. Guys, we are going to jump on this right away without speaking too much, okay. Without saying too much. But guys, four stats, guys. Four stats. Smash the lights up. Give me some love, okay. I'm trying for like, how many years now? How many years to get to 40.000? Alright guys, let's get this really started, alright? And guys, my new merchandise is coming out soon. Alright, but hopefully next week you're going to see me by Rundem. Okay, this is the old one. You're going to see the new ones coming out. Okay, let's do this. Is that a carrot? Excuse me? Okay, wait, 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 wait. I'm going to tell you about my very personal impression, the first time I saw Lukashenko. When I saw him, he looked really old. I was like, is that really the president? Did somebody show his picture? Yeah, he looked really old. I was so surprised. I was like, is that the advisor to the state or something? Yeah, what? Who am I to talk about when the US president is older than him? Anyway, let's continue. Grabbing power forever. Sweating from the sanctions. Grani arrested. Like, I have to search. Like a grandmother arrested. Belarus protests. Great grandmother forcibly arrested as women take to the street to demand Lukashenko's removal. Yo, that is a madness. Great grandmother. Like grandies are supposed to be resting, being involved in politics. You must know that there is something going on. Do you think this is a racist? Really? Wait, 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 wait. Wait, wait, wait. Im öffentlichen Sinne. Superman, Superman. Wie denken Sie über diese Dinge? Wie kommt das zu Ihren Gedanken? Die poor man, Superman. Es ist nicht so red, es ist yellow. Dennis Agnieszko. Dennis Agnieszko. Wie denken Sie? Wie funktioniert Ihr Kopf? Wie funktioniert Ihr Funktion? Das ist meine Frage. Wie funktioniert Ihr Funktion? Ja, wie... Ich habe gesagt, oh Mann. Ja. Wie ein paar dieser Dinge hier. Ja, ich weiß nicht alles. Ich muss es suchen. Ich muss es suchen. Und ich habe es gefunden. Ich habe es gefunden. Wie die Dinge hier sehen, sie sehen wie ein Schal. Aber aufrufe es. Sie werden die Fälle in der News sehen. Aufrufe es für sich. Okay, wir werden eine Song für Christian Lindner sehen. Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Okay. Er ist der schönste auf Facebook und Tinder. Jeder kennt seinen Namen. Christian Lindner. Sie sehen eher rösen. Ich glaube ich muss kotzen. Mehr Geld für die Pflege. Mehr Geld für Soziales. Wenn er die Krätze wie bei Andrea Nahles ist. Der KB sagt, Andrea Nahles. Also, wenn ihr mir gesagt habt, um Christian Lindner zu holen. Ich habe ihn ein bisschen recherchiert. Und ich sehe, dass er ein paar Taxen... Ich würde sagen, Taxenprobleme. Also, er hat Taxen für die Rechte. Und hier sehe ich, dass sie sagen. Der deutsche Finanzminister ist unter Druck. Nach einer Korruptionsbewegung. Okay. Die deutsche Bevölkerung hat etwas gegen Sie, Herr. Schwarz-Weiß vor einem Imbiss. Und findet, dass das mit der Krim nicht so schlimm ist. Hat ein Herz für Diesel und für Banker nicht minder. Hat einen Ausschnitt wie Merkel. Christian Lindner. Auf anderen Plakaten niedliche Kinder. Doch die FDP hat nur Christian Lindner. Bei Game of Thrones kommt am Ende der Winter. Bei der FDP kommt nur Christian Lindner. Zzzzzzzz. Zzzzzzzzzzz. Zzzzzzzzzzzzz. So, das hat Spaß gemacht. Es hat immer mich gemeldet hat. Wie es in Deutschlandall die Dinge passiert. Ich habe Fearless mir gehört. Ich habe darüber gehört, dass wir so. Klar, in Amerika sieht etwas wie das. Wir haben darüber gehört. Vielleicht nicht so viel wie in der 3. Welt. Yang 3. Welt ist das. Aber in der ganzen Welt waren nicht Deutschland. Ich habe keine Ehreinbegtuungen. so aus Deutschland, aber dann sind sie auch Menschen. Aber Leute, ihr wisst, ihr habt eine Reputation. Ihr habt eine Reputation, die die ganze Welt bereits kennt. Also finde ich manchmal ein bisschen schwierig, diesen Spiel zu lösen. Okay, Bundeswehr. Oh! 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 Nein, 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 nein! Ich habe es zu klart, ich habe es zu klart, ich habe es zu klart, sie zu klart, sie zu klart, sie auch die Schrift, sie sind so komisch. Lass uns das zurück. Diese Intro, die P-P-P-P-P-Intre... ... war einfach so großartig. Und diese Bedeutung, wo die Fahrzeuge einfach auf die Bumps gehen. Sick. Run! O�... Ich verstehe das. Sind sie schlecht im cameraman? Also recht und falsch? Oder war es, dass die Recht USD sehr geschlecht ist und es nicht sehen? Ich habe diese Line. Sieht halt so... Nein, das war immer noch 1. Oh Gott. 2. 3. 1. 2. 3. 3. 3. 3. Manche, das ist stripesüben. Das ist einfach. Das ist, was du damit machst. Manche, es ist einfach. Manche, manche, dich machst. Manche können nicht nur das machen. Manche, du hast das einfach mal gemacht. Das ist die größte, was ich gesehen habe. Oh mein Gott. Wie, du hast es sich selbst gemacht. Imagine, dass es echt ist. Imagine, dass du in der Real World front. Und du hast eine Grenade. Und du hast ihn zurück in die Bunker. Du hast es geschafft. Als ich gesagt Bunker sagte, ich sagte Trench. Ich sagte Trench. Ich sagte Trench. Yo, das ist verrückt, 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 verrückt. Just go und Dennis. Du wirst ein Award. Ich meine, ich habe keine Ahnung, aber ich kann dir ein Handshake. Bro, auf war es für diese. Sie hat die Wahrheit. Sie schicken die Bunker aus dem Grund. Sie schicken die Bestäule alles zur Verkaufung. Sie sprachen die Regierung. Sie versuchen, die Regierung zuversetzen. Sie schicken die Heilige状態. Sie schicken die die ihre Hilfe in alle diesen Videos. Ja, ich meine, dass sie aus dem Jäsen sind. Ich habe ein paar von ihnen gesehen verstanden. Also, es ist eine Sprache dekommission. Sie schicken die Sprache. in ein ganzes Worte, in einer Art von Menschen, die Leute becówre und sicherlich mit fünf empowerment. Die Leute sind sehr einfach. Ja, sehr einfach. Sie machen Dinge einfach und leichtes zu verstehen. Menschen müssen sie Listen. Sie machen etwas eine Geheimnis. Sie müssen sie listen und lernen. Aber wir sie sehr, stellen Netze... Dann werden sie wieder auf das, dann wird sie es das. und sie bleiben, es wird sie nicht mehr in den Sie wiederholen. Aber wie eben etwas das sind passiert... Sie müssen sie lernen. Das gerne. Das ist das Spiel. von diesen Liedern, ich lerne viel über die Dinge, die in der Welt passieren. Und es erinnert mich ein paar Dinge, die ich bereits kennen. Aber es ist gut zu lernen. Und wie ich gesagt habe, ich finde es schwer zu glauben, dass ein paar Dinge in Deutschland passiert. Aber ich habe ein paar von ihnen, und ich habe gesehen, dass es wirklich wahr ist. Also habe ich gesagt, wirklich? Deutschland? Deutschland? Wie geht es? Ich hoffe, ihr habt einen, einen, einen und einen. Ich hoffe, ihr habt einen, einen. Okay. Ich hoffe, ihr habt einen, 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 einen. Also, ihr habt die Linken in den Kommentaren. Ich weiß, 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 okay? Und ja, wir werden weitergehen. Okay, wir werden in den nächsten Video sehen. Oh, eine weitere Frage, Leute. Ihr möchtet ich weitergehen? Oder wir müssen ein bisschen ein bisschen? Ja, ich denke, wir müssen ein bisschen ein bisschen ein bisschen. Wir machen andere Dinge. Und dann werden wir zurück. Was ihr denkt? Peace out. Bis zum nächsten Mal.